Ab sofort ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die modernisierte Etagenwohnung liegt in Köln-Altstadt und Neustadt-Nord. Das Mehrparteienhaus wurde im Jahr 1959 erbaut und 2015 saniert. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 93 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 930 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.